Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Wochenorakel vom 4. März bis zum 10. März. Ja, oft gewünscht, nie erhalten, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir gehen einmal durch die Woche und zwar bekommt jeder Tag zwei Kärtchen und wir schauen in die Energie rein und nach dem Schnelldurchlauf geht es auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch mal schauen, wie die Woche für dich vorangeht und wir starten natürlich mit dem Montag und der Montag hat die Botschaft für dich. Finde deinen Platz. Das Gefühl, zu Hause zu sein, gibt dir eine tiefe Ruhe und Kraft. Bist du dort daheim, wo du bist und bei wem du bist? Fühle Wertschätzung für dein Zuhause, deinen Seelenplatz. Es geht also nicht nur um das Wohlbefinden für dich am Montag, vor allem geht es auch um die Thematik, wie zufrieden bist du mit deinem Jetzt-Zustand, mit deinem Hier und Jetzt. Also es wird auch ein hohes Reflexionspotenzial an diesem Tag geltend gemacht werden. Der Montag steht voll unter den Sternen. Habe ich meine Ziele schon erreicht? Bin ich schon in der Lage umzusetzen, was ich mir ersehne? Oder kann es auch teilweise sein, dass ich mich für das ein oder andere Momentum zurückhalte, weil ich noch nicht ganz das Ziel kenne? Das Gefühl, zu Hause zu sein, bedeutet natürlich auch das Gefühl, jetzt angekommen zu sein, jetzt einfach leben zu können, genießen zu können. Und darum wird es am Montag vermehrt gehen, mit der grundtiefen Essenz von Kommunikation. Die Wertschätzung der Kommunikation. Bist du schon dort, wo du sein möchtest? Wie sehr stehst du mit deinem Wort ein, dass du auch das erzählen kannst, was du willst? Ja, dass du spürbar die Veränderung auch herbeisprechen kannst? Also wenn du merkst, dass etwas noch nicht stimmt, Konflikte löst zum Beispiel oder dich in Wort und Schrift für dich einsetzt und einfach mal sagst, jetzt kommt Veränderung in mein Leben. Es geht hier vor allem um die Thematik deines Wortes, ja. Also wie wohl fühlst du dich bei dir? Wie kannst du dein Leben stärken und deine Stimme für dich erheben? Ganz, ganz wichtige Effekte und vor allem auch das Grundprinzip von Zuhause, Wohlsein und Verträgen. Also wie fest stehst du im Sattel? Ein schöner Montag, Reflexionsmontag ist auch immer wichtig, ja, dass man weiß, in welcher Energie man startet. Und dann gucken wir mal in den Dienstag rein. Ja, Freundschaften, fühle den Wert eurer Freundschaft oder einer Freundschaft und denke mit dem Herzen. Du kannst auch sagen und danke mit dem Herzen, ja, ist auch schön. Aber Freundschaft nach einem Reflexionstag ist nichts Unübliches, gell, weil du spürst ja, dass tatsächlich jetzt dann auch Energien sich verändern, wenn du dich veränderst. Wenn du merkst, dass du hier in diesem Grundgerüst noch gar nicht so frei bist, wie du gerne wollen würdest oder sein wollen würdest, dann geht es in die ganz starke Kraft von Freundschaften, die Verbindungen in deinem Leben, die dich entweder, ja, stärken oder zurückhalten. Und das liegt ganz an dir. Das wirst du dann herauskristallisieren. Denn Freundschaften stehen aber an diesem Tag dann auch in erster Linie darum, dass sie dir einen richtigen und wichtigen Impuls geben. Und das ist ganz egal, ob es jetzt ein positiver oder ein negativer ist. Es ist immer ein Aufzeig für dich, ja. Ein negativer Impuls, also wenn Streitigkeit, Disharmonie in der Kommunikation da liegt, dann weißt du auch ganz genau, okay, vielleicht sollte ich jetzt handeln und sagen, ich möchte das Ganze nicht mehr. Ein negativer Impuls, der sich positiv für dich auslegt, weil du dich von fremden Energien trennst, die dir nicht guttun. Und genauso kann es sein, dass es positive Aspekte gibt, die Freundschaften noch mehr festigen und die auch aufzeigen, dass man doch noch mehr miteinander gemeinsam hat, als man dachte. Der Schwerpunkt liegt arbeitstechnisch. Also es geht so ein bisschen um das Thema Stillstand in Freundschaften. Also da ist ein bisschen Disharmonie da. Die eine Seite meldet sich mehr, die andere Seite nimmt auch mehr Energie von der anderen. Und es geht hier um Unterstützung in Arbeitsbereichen. Oder es ist die Hilfe zu einer Arbeit, die am Dienstag dann auch ganz starken Glanz haben kann. Geh nicht in die Abhängigkeit. Also der Stillstand hat ja auch immer ein bisschen was mit Abhängigkeit zu tun. Sondern setz dich da auch mal durch und geh weiter voran. Der Mittwoch sagt dann, die Natur. Gehe hinaus ins Grüne. Atme. Fühle die Sonnenstrahlen auf deiner Haut, den Wind in deinen Haaren. Tanke Energie. Ja, Energie tanken nach einem Reflexionsmontag, nach einem sehr emotionalen Dienstag, ist auch wichtig. Vor allem für deine Gesundheit. Die hattest du in letzter Zeit ein bisschen, naja, nicht ganz außer Acht gelassen. Du hast schon gemerkt, dass dich das ein oder andere Wehwehchen stört. Oder der Husten, die verstopfte Nase. Aber du hast es nicht so ganz ernst genommen. Die Natur möchte dir heute so ein bisschen Selbstheilungskräfte zurückgeben am Mittwoch. Weil hier natürlich emotionales Entladen wird. Da brauchst du auch eine neue Energetisierung. Kommt der Mittwoch ganz gelegen dafür und zeigt auf, dass die Natur dann das A und O ist. Das ist also ein Hinweis, dass der Mittwoch sehr in der Bewegung sein wird. In der Unternehmungslust. Und dass tatsächlich hier auch das eine oder andere Muster durchbrochen werden kann. Weil du dich ja eben neu energetisierst. Und da liegst du dabei. Das heißt, dass du viel mehr in dein Bewusstsein kommst. Viel mehr in dein Ich-Sein kommst. Und dadurch natürlich noch authentischer wirst. Das bedeutet, der Mittwoch ist ein starker Tag für deine Me-Time. Der Mittwoch ist ein starker Tag für dein Wachstum. Sehr schön. Spannende Woche bisher. Ja, wir haben den Donnerstag. Das sagt, Vertrauen. Ein Licht leuchtet am Ende des Tunnels. Richte dein Auge darauf und gehe ins Vertrauen. Alles wird gut. Alles wird gut, im Vertrauen zu haben. Ist natürlich ein schöner Impuls, den du für dich leben darfst. Es hat aber auch damit was zu tun, dass diese Veränderung, gerade jetzt durch diesen starken Mittwoch, dass du spürst und merkst, dass Dinge für dich bereitstehen. Und auch wenn es sich neu anfühlt und noch so ein bisschen nicht abholbar, nicht lenkbar, dass du nicht weißt, was jetzt wie geschieht, ist es trotzdem wichtig, dass du im Vertrauen bleibst. Vor allem geht es hier um deine Spiritualität. Da wird sich ein Feld öffnen, das dir natürlich weiterhilft, nicht nur im Vertrauen zu bleiben, sondern was dir auch weiterhilft, manche Lebenssituationen in deinem Leben besser zu verstehen. Hier geht es sehr viel um Ahnenarbeit, vielleicht auch den einen oder anderen Jenseitskontakt, aber bleib im Vertrauen. Hab keine Angst. Ja, es wird der Jenseitskontakt sein. Hier kommt dann nach der Bewusstwerdung für dein Ich noch die Stabilisierung deines Ichs, nämlich auch die deiner spirituellen Seite. Das ist doch sehr, sehr schön und zeigt, dass du auch beginnst, dich mehr für dich selbst zu interessieren. Und da möchte ich dir doch jetzt mal einen kleinen Spot von mir einblenden, denn es gibt am 1. April Wochenende den wundervollen Love Yourself Workshop. Ich erzähle dir da 30 Sekunden mal kurz was drüber. Vielen Dank, dass du mein Video anschaust. Jetzt geht es aber schnell in den Love Yourself Workshop. Den findest du hier auf timoslichtblick.de. Wenn du auf Personal Coachings gehst, da findest du natürlich auch die Personal Coachings. Und klickst hier auf den wundervollen Workshop, denn der hat es wirklich in sich. Es geht hier über zwei Tage am 1. April Wochenende in die Herzreinigung, in die Chakrenreinigung, selbst die Übungen, die wir gemeinsam machen, eine wundervolle Meditation, die ich extra erarbeitet habe und vieles mehr. Sei also mit dabei, denn die Plätze sind begrenzt und ich freue mich, wenn du ein Teil davon bist. Und wenn du möchtest, nur wenn du möchtest, kannst du dir auch eine Ausbildung noch dazu gönnen. Denn es ist Zeit für Transformation und jetzt ist es aber wieder Zeit für das Orakel. Ja, schön, dass du jetzt noch mit dabei bist. Es ist auf jeden Fall ein schönes Ding, auch für die Ausbildungen. Wer mit dabei sein möchte, darf sich gern noch anmelden. Diese Woche ist, also die kommende Woche ist die letzte Anmeldewoche. Gucken wir mal in den Freitag rein. Wellness haben wir hier. Nimm dir Zeit für Körper, Geist und Seele. Lasse dich einmal richtig verwöhnen. Ja, also du gehst ins Vertrauen, du kommst in die Stabilität, du machst einfach so wirklich mal etwas nur für dich. Und das ist für dein Bewusstsein natürlich auch anstrengend. Dein Körper zeigt, was du in der letzten Zeit alles auf dich genommen hast, ohne dich zu beschweren. Ja, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Du warst vielleicht innerlich K.O., hast vielleicht auch ein bisschen rumgejammert, aber hast dich nicht beschwert. Du bist immer wieder den Weg gegangen und daraus zeigt sich jetzt, dass der Freitag komplett unter dem Wohlstandsfaktor steht. Geh in die Ruhe, gönn dir ein schönes Bruch, einen schönen Tee, einen schönen Wein, was auch immer du liebst, um zu entspannen. Es ist okay, auch einmal nichts zu tun. Ja, das darfst du dir auch mal hinter die Ohren schreiben. Es ist okay, nichts zu tun, vor allem am Freitag im Genuss. Ja, und da ist auch hier die Investition in dich zu sehen. Ja, es ist dann ein guter Geldfluss, ein guter emotionaler Weg. Es wird auch ein bisschen überemotional werden an diesem Freitag, weil in der Ruhe reflektierst du natürlich, was du alles geschafft hast, was du auch losgelassen hast und welche Themen dich präsent jetzt schon stärken und was dir eben noch so ein bisschen wehtut. Deswegen ist Wellness auch angesagt, einfach, dass dein Körper regulieren kann, dass dein Geist regulieren kann und dass du für dich selbst auch regulieren kannst. Ja, der Samstag, der liegt in der Kursänderung. Schaue dir deinen Weg genauer an. Ist er so, wie du ihn dir vorgestellt hast oder gehst du nur aus Gewohnheit weiter? Dann ändere deinen Weg. Haben wir nochmal eine Spiegelung zum Finde deinen Platz. Sehr gut. Also du wirst am Ende der Woche sehr stark darauf reflektiert, ob das jetzt der Weg ist, den du gehen möchtest oder ob es nur ein Impulsweg war. Ob da noch das ein oder andere umzusetzen ist, aber du wirst schnell spüren, ob du richtig bist oder nicht. Man sieht hier, du gehst in die Heilung. Du verlässt jetzt die Umwege. Die Kursänderung sagt dir, es wird alles gut. Ja, und dann schauen wir noch in den Sonntag rein, da wo wir uns dann auch wieder sehen. Verbindung nach oben, also auch zum Timo. Unser Schöpfer sieht tief in dein Herz. Er versteht dich und wertet nicht. Tu es ihm gleich. Hier merkst du einfach, dass du, ja, spirituell auch gewachsen bist. Dass du auch einen Freundeskreis, Bekanntenkreis anziehst. Und Stück für Stück, die genauso denken, fühlen, handeln wie du und wo du dich auch wieder verstanden fühlst. Und das ist manchmal auch die Verbindung nach oben. Und wenn der Sonntag so stabil liegt, ja, hier haben wir die Kommunikation nochmal liegen. Hier haben wir aber auch nochmal die ein oder andere Streitigkeit liegen. Das heißt nochmal ein Loslassprozess, der am Sonntag einkehrt. Aber ein Loslassprozess, der dir gut tut, ja. Wenn dir das neue Format, was jetzt jeden Sonntag um 18 Uhr kommt, gefallen hat, dann kommentier doch gerne. Lass deinen Like da. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ja, den Link zu meiner Webseite. Ich freue mich. Bis dann.